Willkommen zurück zur Let's Go Pikachu Naslock Challenge. Im letzten Part hatten wir im Bertania Wald aufgehört. Wir hatten leider unseren Encounter fliehen lassen, doch ich hoffe, heute sind wir ein bisschen mehr vom Glück beseelt. Ich wollte ein paar Pokémon fangen, aber habe ein Pokéball nach dem anderen geworfen. Doch dann sind sie mir ausgegangen. Du solltest immer genug Pokébälle dabei haben. Natürlich habe ich das. Und vielleicht noch ein paar Bären, um die Pokémon zu besänftigen oder dergleichen. Hier gibt es so schöne Pokémon, Pikachus, Madbo, die ganzen Käfer, ja, die machen echt Laune, aber leider sind die uns nicht gegönnt. Ich habe das jetzt noch mal ein bisschen geübt. Ich spiele jetzt auch hier mit einem Stick und habe den in der Hand. Damit lässt es sich tatsächlich ein bisschen besser werfen. Nun, jetzt kämpfen wir aber erstmal gegen diese Göre hier. Das Team ist durch das Probieren ein bisschen aufgelevelt worden, aber noch bei weitem nicht zu krass. Ähm, Entschuldigung, weißt du, ob es in diesem Fall Bisasam gibt? Ob die hier leben? Ja, die soll es hier tatsächlich geben. Man soll hier tatsächlich Bisasam, wilde Bisasam fangen können. So war es mir zumindest. Aber die sind, glaube ich, ganz selten. So, sie hat ein Pokémon, sie hat ein Nidoran. Und wir haben Überbiss an der Stelle Nummer 1. Mit Radfratz treten wir hier an. Das ist auf Level 6 gegen Level 4. Das passt erstmal so. Ja, wir haben hier Tackle und Ruckzuck-Keep. Tackle 40er Stärke, Ruckzuck-Keep auf 40er Stärke. Da machen wir den Ruckzuck-Keep, der hat immerhin die Priorität. Und er macht, okay, einen Schaden. Kratzer ist okay. Halten wir sowas von aus. Also erstmal alles klar. Aber ich muss sagen, es macht, zum größten Teil macht das Spiel wirklich Laune. Bis auf die ganze Fangmechanik macht das hier wirklich Laune. Es ist eine sehr, sehr angenehme Grafik. Macht auch extrem Bock hier, die ganzen alten Pokémon zu sehen. Also da geht einem wirklich das Herz auf. Da hier fühlt man sich richtig wohl. Bis jetzt überwiegt das Positive. Ja, bis halt, also bis halt, der Fangmechanismus ist irre nervig. Aber gut, das kann man jetzt auch nicht ändern. Hier haben wir Tipps für Trainer. Entferne einen der Joy-Con-Controller von der Konsole und schüttel ihn. So kannst du mit deinem Partner-Pokémon spielen. So gab es hier jetzt noch irgendwas. Hier waren nur wilde Pokémon. Alles klar, sonst nichts weiter. Dann schreiten wir auf dem Weg weiter voran. Mal schauen, was denn jetzt hier noch so kommt. Der nächste Trainer-Kampf ist schon nicht mehr fern. Aber wir haben ja zwei. Die Wege splitten sich schon wieder, aber treffen sich dann dort wahrscheinlich. Das wäre jetzt die Abkürzung hier. Deswegen müssten wir hier wahrscheinlich kämpfen. Hey, wahre Pokémon-Trainer drückt sich nie vor einem Kampf. Da sagst du bei anderen Worte hier. Deswegen bin ich doch auch hier. Wir kämpfen jetzt erstmal schön entspannt gegen Käfersammler Theo. Ein Pokémon-Korkuna hat er dabei. Ja, und auch das wird uns jetzt nicht sonderlich gefährlich. Gehe ich doch mal einfach davon aus. Level, das ist auch Level 3. Das ist Level 3. Ich denke, das kann uns gar nicht viel. Ich weiß nicht, ich kann... Härtner, Härtner. Härtner ist so der klassische Move von Safcon und Korkuna. Ob es noch irgendwas anderes drauf hat, vielleicht Fadenschuss. Aber mehr dann auch wirklich nicht. Erstmal macht es weiter Härtner. Was macht Härtner? Erhöht die Verteidigung, oder? Ja, die Verteidigung steigt. Okay, das heißt wir machen mit unseren physischen Angriffen weniger Schaden. Ja, man sieht es jetzt tatsächlich. Der Härtner-Spam ins Unermessliche. Steigt immer plus 1. Jetzt ist es also schon auf plus 4, oder? Ne, plus 3. Es ist auch plus 3 in der Verteidigung. Alles klar. Es wäre vielleicht ratsam, hier einen speziellen Angreifer reinzuschicken. Aber haben wir jemanden, der speziell angreift. Aber, also hier. Warte mal, kann ich mir irgendwie die... Die Stärke der Moves ansehen? Ne, das geht hier. Attackeninfos Y. Säure ist spezial. Sieht zumindest so aus. Ich würde jetzt mal Myrapla einwechseln. Und dann probieren wir einfach mal, ob wir damit mehr Schaden machen. Bisschen umständlich hier. Die Steuerung finde ich auch ein klein wenig umständlich hier. Es macht es schon schwieriger, wenn man nur mit einem Controller spielen kann. Als mit 2. So wie man es halt gewohnt ist. So, Säure drücken wir jetzt mal rein. Zack. Boom. Das ist nicht so effektiv. Aber es hat sowas von gereicht. Die Spezialverteilung war halt nicht so hoch gepusht wie die normale. Ja, wunderbar. Der Theo ist besiegt. 3 Pokébälle schenkt er uns dafür. Wunderbar. Und das hier wäre die Abkürzung. Das wäre die Abkürzung. Wir schauen uns nochmal schnell den Weg hier an. Gab es hier irgendwas? Hätte es hier irgendwas gegeben? Ich glaube bald nicht. Ein Item. Was haben wir hier? Einen Trank finden wir hier. Okay. Ja, die sind uns jetzt in der Naslock nicht... Ach, die sind jetzt nicht so ultra wichtig. Wir setzen einen pro Kampf ein. Maximal, wenn überhaupt. Sonst versuchen wir das Ganze ja natürlich eher zu meiden. Um das Ganze spannend zu halten. Aber die ersten Kämpfe sind ja jetzt hier noch nicht wirklich fordernd. Aber ich hoffe, das wird dann das Level steigt dann rasch an. Pikachus gibt es hier natürlich auch. Wir haben zwar eins auf unserem Rücken, aber trotzdem irgendwie der Geil. Wir können unser Pikachu schweißen. Das können wir, glaube ich, nicht entwickeln, oder? Soll ich dir einen Tipp für das Werfen von Pokébellen geben? Ja, mach ruhig. Mach ruhig. Ich bin gespannt, was du für einen Tipp hast. So, die Göre Ava mit Taupsi. Okay. Ja, Flug-Pokémon. Was für Level? Kann das schon Flug-Moves? Hätte das eventuell was drauf? Das ist Level 4. Wir auf Level 6. Radfratz. Noch 14 KP. Okzu-Keep. Ja, das ist okay. Es hat Sandwirbel. Senkt die Genauigkeit. Das wäre jetzt nur kritisch gewesen. Hätten wir ein Pflanzen-Pokémon an der ersten Stelle. Vielleicht, weil Mirabla ist ja, glaube ich, Pflanze-Gift. Das hätte bei einem Flug-Move ein bisschen wehtun können. Aber so ist das Ganze vollkommen okay. Wobei Taupsi jetzt, denke ich, noch nicht irgendeinen Flug-Move auf Level 4 beherrscht. Da sind wir jetzt erstmal safe. Am Anfang, ja, das ist Anfangsgedudel. Das ist noch alles sehr vertretbar. Wird noch nichts wirklich brandheißgefährlich. Aber später dann umso mehr. Also spätestens Pokémon-Liga ist die Kacke, denke ich, richtig am Dampfen. So, aber ich würde jetzt auch keine weiteren Pokémon erstmal fangen. So zum Leveln. Ich habe immer noch nicht geschaut, welches Level der Arena-Leiter hat. Deswegen, ich will es jetzt erstmal nicht übertreiben. Das müssen wir herausfinden. Aber dann halt nicht mit einer Niederlage. Da gucke ich dann, da schaue ich dann halt mal kurz zuvor. Bevor wir in die Arena gehen, was für ein Level der hat. Also man levelt hier mit den Fangen, mit dem Fangen von Pokémon echt schnell. Vor allem, wenn man die großen und kleinen Pokémon einfängt. Mit dem EP-Multiplikator geht das echt ab, wie sonst was. Tipps für Trainer. Du kannst dein Pokédex jederzeit von Professor Eich in seinem Labor bewerten lassen. Alles klar. Danke für die Info. Noch ein Fight hier im Vertania-Wald. Hey, warte! Wo willst du denn so eilig hin? Na, ich will in die nächste Stadt und zum Ersten Orden. Ich hoffe, der kommt dann bald. Ja, wir sind ja erst bei sieben Minuten. Vielleicht können wir den ersten Orden auch gleich noch durchdrücken. Je nachdem, was das für ein Typ ist. Jetzt kämpfen wir gegen Safcon. Vorhin hatten wir Kokuna. Jetzt Safcon. Erleben wir wahrscheinlich den gleichen Härtener-Spam wie vorher auch. Aber wir können den zumindest einmal umgehen, die Verteidigung. Okay, es kann Tackle. Es kann Tackle. Ja, müssen wir aufpassen. Aber wir haben noch einen neuen KP. Safcon hatte jetzt nicht so ultra viel Schaden gemacht. Wir sind ja auch ein bisschen stärker im Level. Sieben noch. Jawohl, das passt erstmal soweit. Und dann besiegen wir jetzt Safcon. Aber die kleinen Pokémon, die geben halt auch nicht viele Erfahrungspunkte. Aber ich weiß ja jetzt auch gar nicht, welches Level denn die erste Arena hat. Wir können das ja wahrscheinlich bei den Arena-Trainern schon erahnen. Also wir machen jetzt einfach mal weiter hier. Du verlässt jetzt den Vertania-Wald. Auf Wiedersehen. Vor dir liegt Marmoria City. Jawohl. Arena-Leiter Rocco sollte hier zugegen sein. Und der Opa muss sich erstmal ein bisschen ausruhen. Hier und dort hast du bestimmt schon mal Sträucher am Wegesrand bemerkt, oder? Wie ich höre, kann man sie mit der geheimen Technik Spaltschnitt zerschneiden und so den Weg freiräumen. Schöne Sache. Je höher die WP eines Pokémon, desto höher seine Kampfkraft. Der Wert setzt sich angeblich irgendwie aus den einzelnen Statuswerten zusammen. Die WP setzen sich aus den Statuswerten zusammen. Weiß nicht. Ist das hier neu in der Edition? Hier gibt es auch noch jemanden. Sagt mir sonst nichts, WP. Es gibt auch einige Pokémon, die ausschließlich in Höhlen und Wäldern leben. Wenn du viele verschiedene Pokémon fangen willst, musst du dich überall gründlichst umsehen. Das mache ich natürlich, Meister. Das mache ich natürlich. So, jetzt Route... Warte mal, wir müssen... Wir waren, glaube ich, schon auf Route 2. Wir müssen mal auf der Karte schauen, weil vor dem Vertaniawald war doch auch schon Route 2. Einsetzen hier. Karte einsetzen. Route 2. Vertaniawald. Route 2. Genau. Und da hatten wir einen Encounter bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr welcher. Aber hier ist uns zumindest jetzt kein Pokémon gegönnt. Wir haben unseren Encounter schon für die entsprechende Route. Wie kommen wir da hin? Ah, hier Zerschneider. Der Tunnel hier ist das Diktas-Tunnel oder so. Mamoria-Tunnel. Keine Ahnung. Können wir jetzt auf jeden Fall noch nicht hin. Mamoria City. Ha, du kommst wie gerufen. Okay, willst du kämpfen oder was? Wusstest du, dass es in dieser Stadt eine Pokémon-Arena gibt, Merlin? Da kann man gegen einen super starken Trainer antreten. Der sogenannte Arena-Leiter. Gegen einen Arena-Leiter zu kämpfen, ist zwar kein Zuckerschlecken. Aber wenn wir stärker werden wollen, fiel kein Weg daran vorbei. Schau mal, Wieselfink. Ist schon ganz heiß auf den Arena-Kampf. Ja, Rocko hat doch Gestein. Das ist mit Elektro nicht ganz so geil. Stimmt doch, oder Wieselfink? Ich stehe auf jeden Fall voll hinter euch. Hier. Wir erhalten fünf Tränke von Peter Pan. Alles klar, danke. Ich war in der Spendierlaune, weil ich mir ein bisschen Preisgeld angespart hatte. Hoffentlich helfen sie dabei, den Arena-Leiter zu besiegen. Das ist nämlich ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Also viel Glück. Ja, und hast du schon gekämpft? Hast du schon gewonnen? Ich... Ja, er redet viel, aber sagt am Ende des Tages doch nicht viel. So, Shanaira hier mit dabei. Wir heilen erstmal das Team wieder hoch. Und dann schauen wir uns ein bisschen die City an. Die Arena wird wohl kaum 20 Minuten lang dauern. Ich denke, da können wir vielleicht auch... Ich weiß, je nachdem wie groß Mamoria City ist, können wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen umschauen. War ja jetzt hier im Pokémon-Center überhaupt noch jemand drin, mit dem wir reden? Müssen oder sollten oder könnten? Schauen wir mal. Ah, hier doch. Ich tausche ein Pokémon mit dem Mädchen hier. Ich habe zwei Pikachu, deswegen macht es mir nichts aus, eins zu tauschen. Ja, mach das ruhig. Ja, und was bekommst du dafür? Ein Raupi, ja? Ich möchte unbedingt ein Pikachu tauschen, mein Pipi dafür. Oh, Pipi. Für Schlappe 500 kriegst du bei mir eine Tüte der knusprigsten Knabberei, die Kanto je gesehen hat. Die Mamoria-Kräger. Ja, so beliebt, dass ich täglich nur eine pro Nase verkaufen kann. Interesse? Ja, komm, wir kaufen einfach mal eins für 500, ja. Ist zwar ein bisschen teuer, wir haben noch nicht so viel Geld, aber macht nichts. Aber seit dem Essen bitte vorsichtig, diese Dinge. Sie sind steinhart. Man kann sie also gar nicht essen. Zack und verarscht. 500 für die Katz. Medizintasche, doch die kann man Pokémon wahrscheinlich geben. Oder haben die überhaupt einen Effekt? Die Mamoria-Kräger. Medizintasche. Eine berühmte Knabberei aus Mamoria City. Behebt alle Statusprobleme eines Pokémon. Ah, okay, hier so ein... Wie heißt das? Para... Der Heiler, der alles heilt. Oh, ich weiß es gerade gar nicht. Wie heißt denn das? Es gibt einen Para-Heiler, Gegengeft. Und wie heißt das Ding, was alles... Alle Statusprobleme behebt? Hyperheiler, ne? Hyperheiler heißt das, glaube ich. Okay, naja, da kommt man in der neunten Gen. Hat man damit ja gar nicht mehr so viel Kontakt. Da nimmt man ja eher die Auto-Heil-Funktion. Rocco, der Arena-Leiter von Mamoria City, ist ein Profi im Umgang mit Gestein-Pokémon. Wenn du dir einen Vorteil gegen sie verschaffen willst, solltest du Attacken der Typenpflanze oder Wasser einsetzen. Du musst dir die Wechselwirkung zwischen den Typen gut einprägen, wenn du gegen einen Arena-Leiter bestehen willst. Mach ich doch, mach ich doch. Was? Team Rocket ist auf dem Mond, Birk! Ha, ich telefoniere gerade, störe mich nicht. Oh, Team Rocket auf dem Mond, Birk! Okay, erste Antiserung von Team Rocket. Diktahöhle, alles klar. Der Mond, Birk! Wo haben wir ihn? Hier ist der Mond, da können wir vielleicht danach gleich hin. Denke ich doch mal, ist doch nicht mehr weit, wir müssen... Nach Mamoria City, Diktahöhle, Route 3, Route 4, Mond, Birk! Oder aber, ich weiß nicht, was wir danach für eine VN freischalten. Ob wir dann hier durch die Diktahöhle gehen müssen und dann woanders rauskommen? Kraftwerk, okay, ich weiß ja nicht. Diktahöhle und ist das nur eine Höhle oder ist das der Tunnel, wo man woanders rauskommt? Wir lassen uns einfach überraschen, wir wollen jetzt nicht so viel rumspekulieren. Ganz so genau habe ich es auch nicht mehr in Erinnerung, hier die Kanto-Region. Aber auf jeden Fall macht sie irre Laune. Was geht bei dir? Für die meisten Leute hier in Mamoria City ist das Training von Pokémon nur ein Hobby. So wie das für die Käfersammler. Aber Arena-Leiter Rocko ist da ganz anders. Das will ich hoffen, es wird ein spannender Kampf, ich hoffe doch zumindest darauf. Mit Geld sollte man verantwortungsvoll umgehen, hörst du. Aber manchmal macht es auch Spaß, einfach einen ganzen Haufen Pokébälle zu kaufen. Natürlich, ja, Geld zum Fenster rauswerfen ist immer gut. Gibt es hier irgendein Item? Ah, hier, guck an, hier können wir auch hin. Eine Kapsel X-Abwehr, naja. Und da sehen wir auch schon die Arena. Ich glaube doch, ich dachte über das Grüne, Dunkelgrüne können wir nicht laufen, aber es geht doch. Alles klar, wir gehen jetzt nochmal hier rein. Wer wohnt denn hier? Wen finden wir hier? Nidohan, Sitz! Er ist, glaube ich, kein Hund, da funktioniert das nicht. Wir haben unser Pokémon per Tausche erhalten und kommen nur schwer mit ihm zurecht. Es kommt beim Training zwar recht schnell voran, doch schwachen Trainern gehorcht es nicht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten. Ja, versucht euch doch hier in der City. Kauft euch ein paar Pokébälle, fangt Pokémon. Ich denke, so schwer ist das nicht. Ein Pokédex braucht man doch dafür wahrscheinlich nicht, um das Abenteuer zu starten. Es hat nur für uns Pflicht, weil uns das aufgedrängelt wird. Das Schild hatten wir schon gelesen, oder? Haben wir das gelesen? Die Tipps für Trainer hier. Sämtliche Pokémon in deinem Team erhalten durch einen Kampf Erfahrungspunkte. Egal, ob sie daran teilgenommen haben oder nicht. Wenn sie allerdings tatsächlich teilnehmen, erhalten sie unabhängig von der Dauer ihres Einsatzes zusätzliche Erfahrungspunkte. Ja, das kennt man natürlich schon, die ganze Mechanik hier. So, hier oben. Was ist das? Der Garten Eden. Mamoria City, die steingraue Stadt. Hast du eine Ahnung, was ich hier mache? Nein. Ich versprühe Lockparfüme, um wilde Pokémon zu meinen Blumen zu locken. Okay, und was machst du? Ah, weißt du, was ich hier mache? Nein. Ich versprühe Schutz, um wilde Pokémon von meinen Blumen fernzuhalten. Okay, das ist wahrscheinlich hier kontraindiziert, das Gebiet. Deswegen passiert ja... Ja gut, ja, Schutz und... Ja, es sollte sich... Vielleicht hebt sich das auch auf. Schutz und Lockdingsbums. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Macht nur weiter, liebe Leute. Ich schreite auf meinem Weg weiter voran. Hier hängt eine Mitteilung. Diebe haben wertvolle Pokémon-Fossilien vom Mondberg gestohlen. Umsachtdienliche Hinweise wird gebeten. Polizei von Mamoria City. Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Rocko ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Komm mit! Ja, zeig mir jetzt wahrscheinlich die Arena. Wenn du genug Mumm hast, dann versuch dich an Rocko. Mach ich doch. Oh, er hat mich jetzt gleich hergebracht, ja? Alles klar. Aber ich wollte die Stadt erstmal noch anschauen. Zumindest ein bisschen. Pokémon Arena von Mamoria City. Arena-Leiter Rocko, der steinharte Pokémon-Trainer. Wusstest du, dass Pipi angeblich vom Mondberg stammen soll? Die ersten Pipi wurden wohl gesichtet, nachdem Mondsteine auf den Mondberg gefallen sind. Und hier haben wir ein wunderschönes Fleckmon. Also wirklich, Fleckmon. Wieso musst du nur immer so störrig sein? Was machst du denn? Oh, hallo. Entschuldige, aber könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Okay. Es ist so. Eigentlich hatte ich einen Besuch im Mamoria Museum geplant. Aber nun hat mein Fleckmon hier beschlossen, sich nicht mehr vom Fleck zu bewegen. Okay. Könntest du vielleicht im Pier bleiben und auf meinen Fleckmon aufpassen, bis ich wiederkomme? Es dauert auch bestimmt nicht lang. Okay, wie lang? Danke, das ist sehr freundlich von dir. Dann lass ich euch beide mal weichen allein, ja? Okay. Fleckmon babysitten. Wir können uns auch gar nicht bewegen. Wir schauen uns einfach mal ein bisschen an. Es steht da wie die Kuh, wenn es donnert. Fleckmon stört ausdruckslos vor sich hin. Vielleicht hat es auch einen Schlaganfall. Man weiß es nicht. Du hast erfolgreich zusammen mit Fleckmon gefaulenst. Ja, alles klar. Wir haben schön gefaulenst. Alles klar, schön gechillt. Gehen wir dann in den Arena-Camp. Danke, dass du so gut auf mein liebes Fleckmon aufgepasst hast. Hier, das ist für dich. Eine Riesenperle von der Frau. Ja, die können wir schön verhökern, ne? Komm doch bitte mal wieder vorbei, wenn du Zeit hast. Okay, können wir uns hier jedes Mal eine Riesenperle verdienen, oder wie? Das ist vermutlich das Mamoria-Museum, aber das machen wir später. Mamoria City Wissenschaftsmuseum, das schauen wir uns auf jeden Fall später an. Mein Flatti findet immer tolle Sachen für mich, wenn ich mit ihm spazieren gehe. Ah ja, finden die manchmal Sachen, die Pokémon hier? Aber Myraplan nicht. Planety scheint zur Ruhe zu kommen. Wen haben wir hier noch? Wer wohnt denn noch hier? Ein Opa. Mit wachsender Erfahrung erlernt Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann man ihnen allerdings nur mit TMs beibringen. Ja, das haben wir auch schon mal gehört. Pokémon sind einfach zu fangen, wenn du sie mit dem Pokéball genau in der Mitte triffst. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie. Das haben wir schmerzlich erlebt. Im letzten Part, als der Encounter dann geflohen ist. So, hier oben brauchen wir dann zur Schneider, um weiterzukommen. Ja, hier spielt sich noch nichts, aber Junge, wir könnten uns hier vorbeidrängeln, ne? Aber gut, das Spiel lässt uns nicht passieren. Du kannst nicht vorbei, sagte Gandalf einst. In den Minen von Moria. Ah, so schön kühl. Es ist echt ein Segen, dass man Moria City hier im Schatten eines Berges liegt. Hier ist es immer so angenehm frisch. Okay, so bei ihm waren wir. Warst du schon im Museum? Nein. Oh, du solltest unbedingt mal hin. Das mach ich doch aber. Aber jetzt gehen wir erstmal noch hier rein und dann hätten wir, denke ich, die ganze Stadt angeschaut. Und nochmal mit den Leuten hier reden. Ein zwielichtiger Mann hat mir dieses seltsame Pokémon angetreten. Es ist total schwach. Und das, obwohl ich ganze 500 dafür hingeblättert hab. Ja, schön. Ich dachte, du würdest es mir verkaufen. Ich hätte es genommen. Ich brauche jeden Encounter, den wir kriegen können. Trainiert man seine Pokémon eifrig, können sogar schwache Pokémon für Überraschungen gut sein. Jo, itemmäßig brauchen wir nichts. Pokébälle gab es bisher immer genug geschenkt. Wir sind gut aufgestellt. Und jetzt haben wir alles gemacht. Genau. Wir tauschen nur nochmal ein Team hin und her. Wir können nicht mit Überbiss liegen gegen Gestein. Plenty wäre halt so meine Wahl. Aber der hat halt noch keinen Pflanzenmove, der Schaden macht. Der hat Wachstum, aber noch... Ja, Rasierblatt oder so wäre halt geil. Weiß nicht, ob das Ding überhaupt das erlernen kann. Wir schauen jetzt einfach mal in die hüsige Arena von Rorko. So, hoffentlich ist er überhaupt zugegen. So, die erste Arena mit Zuschauern sogar. Sehr cool. Sehr, sehr cool gemacht hier. Zwei Trainer, die können wir sogar umgehen. Howdy, du willst in der Arena kämpfen, nehme ich an. Ich bin zwar selbst kein Pokémon-Trainer, aber ich kann gut beurteilen, ob jemand das Zeug dazu hat, den Arenaleiter zu besiegen. Also pass mal auf, Freundchen. In der Arena von Amori hast du dich nur Trainer zugelassen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir ein Vorteil gegenüber den Gestein-Pokémon verschaffen kannst, die der hüsige Arenaleiter in den Kampf schickt. Aber um Anfänger wird dich nichts überfordern. Setzen wir nur zwei davon voraus, und zwar Pflanzen- und Wasser-Pokémon. Wenn du gegen den Arenaleiter antreten willst, musst du mir entweder ein Pokémon vom Typ Pflanze oder vom Typ Wasser zeigen. Ja, ich hab ein Pflanzen-Pokémon. Wunderprechtig, mit diesem Pokémon darfst du dich an der Arena von Amoria City versuchen. Immer hereinspaziert und lass dich nicht unterkriegen, zukünftiger Champ. Alter, hättest du jetzt hier bei den Encountern keinem Wasser- oder Pflanzen-Pokémon abgesamen? Das wäre dann aber... Muss man überlegen, wir... Wenn du immer nur Taubsießer als erstes gesehen hättest, dann wärst du jetzt hier gnadenlos untergegangen. Das wäre echt krass. Direkt gescheitert. So, wir kämpfen einfach mal hier. Mit Myraplan. Willkommen in der Arena von Amoria City. Du wirst hier Trainern begegnen, die etwas zäher sind als seine bisherigen Gegner. Erhoffe ich doch, dass die hier ein bisschen zäher sind. Wie zäher werden wir jetzt herausfinden. Ob wir dem Ganzen schon gewachsen sind, ein Pokémon hat die Jeanette einen Kleinstein. Okay. Plenty, let's go. Okay. Level 7. Ah, das ist schon mal... Okay, wir haben Absorber. Okay, wir haben schon einen Pflanzen-Move, der Schaden macht. Ich dachte, Wachstum hatten... Oder? War Wachstum genug? Alter, gewone-shottet das Ding. Herrlich, wunderprächtig hier. Kleinstein direkt down. Level 8. Wunderbar. Ne, Level 9 sogar. Wir haben Level 8. Wir erreichen Level 9. Herrlich, herrlich, ja. So, damit ist Picknickerin Jeanette auch schon besiegt. Was hat Plenty nochmal für ein Moveset? Schauen wir uns das hier nochmal schnell an. Level 9. Wunderbar. Den Bericht. Wir hätten hier... Wo sind die Attacken? Geteilt. Nochmal A. Erwachstum ist normal. Genau, Absorberwachstum und Säure. Oh, haben wir doch ein schönes Moveset hier mit dem Teil. Wunderbar. Schreiten wir weiter voran. Kommt das nächste Kleinstein. Oder irgendwas anderes. Stehen geblieben, Junge. Aber es dauert noch Lichtjahre, bis ein Kind wie du gegen Rokko antreten kann. Noch Lichtjahre sind wir davon entfernt. Alles klar, Camper Georg. Mit einem... Was war's? Ein Kleinstein. Wer hätte es gedacht? Und Rokko hat dann auch einen Kleinstein, oder wie? Aber ich hoffe, der hat noch ein bisschen was mehr. Mindestens zwei Pokémon. Wäre gut. So, und wenn die Level 7 sind... Ja, gut, ne? Ich hoffe mal, Rokko ist dann einfach stärker als Level... Unser Level 9. Sein stärkstes Pokémon zumindest. Wäre echt cool. Wiese flink auf 10. Weil ich will ja wie gesagt nur die Pokémon einsetzen, die... schwächer oder auf dem gleichen Level sind wie die des jeweiligen Arena-Leiters. Wir probieren es einfach mal. Ah, ein neuer Herausforderer. Ich bin Rokko, der Arena-Leiter von Amoria City. In meinem Pokémon spiegelt sich meine felsenfeste Entschlossenheit wieder. Dank ihrer steinharten Verteidigung geben sie niemals Klein bei. Wie du dir jetzt sicher schon denken kannst, setze ich im Kampf voll auf Gesteins-Pokémon. Bei ihnen wird dein Team auf Granit beißen. Aber ich sehe schon, dass du dich davon nicht einschüchtern lässt. Ein echter Pokémon-Trainer schreckt aber vor keine Herausforderung zurück. Selbst wenn seine Chancen auf einen Sieg schlecht stehen. Na schön, dann zeig mir, was du kannst. Ich bin bereit. Und bist du auch bereit? Wir haben die geballte Pflanzen-Power hiermit am Start. Myraplan ist einsatzbereit. Er hat zwei Pokémon. Einen kleinen Stein schickt er als erstes rein. So, beim nächsten Mal muss ich mich dann unbedingt informieren, ne? Dass wir hier vom Level-Cap her... Ja, Level 11, das passt. Alles klar, wir sind safe unterwegs. Wir können jedes Pokémon einsetzen. Absorber reinballern. Wir sind schneller. Ist ein One-Shot, ist ein Wort. Jawohl. Erstes Pokémon. Hat er jetzt noch ein Onyx oder sowas? Das wäre cool. Es gibt bestimmt massiv Erfahrungspunkte. Über bis auf Level 7 gezogen. Ein Onyx, ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ein Onyx ist also ein strammer Gegner. Level 12. Wir sind drei Level schwächer. Wir absorbieren mal bis Steinwurf. Stabiler Schaden, Kollege. Aber wir heilen uns jetzt wieder full life. Alles klar. Alter, so geil. Bisher ohne großartige Schwierigkeiten hier in der Arena. Steinwurf überleben wir. Und jetzt Absorber in den Tod. Das war schon die erste Arena. Das war jetzt echt gut, dass wir hier einen Pflanzen-Pokémon als Encounter hatten. Pflanzen oder was, sonst wären wir gar nicht in die Arena gekommen. Ja, sonst hätten wir uns vielleicht eins fangen müssen und dann aber nicht einsetzen. Nur, dass wir es dem Dude zeigen können, dass wir rein dürfen. Wunder, wunderbar. Gerda auf Level 9. Herrlich, herrlich. Also Level Cap wäre 12. Wer will Doppelkick erlernen? Die Gerda. Mit Doppelkick hier. Alles klar. 30er Stärke hat der doch. 30er Stärke trifft zweimal. Giftstache, Routenschlag, Kratzer, Heuler, pack den Heuler weg. Die Attacke vergessen. Dafür Doppelkick rein mit Kampf. Hätten wir dann somit auch gegen Eboli. Gegen das Eboli unseres Rivalen etwas in der Hand. Wunderbar. Ja, Rorko ist also schon besiegt. Der erste Orden. Der Gesteinorden oder wie nennt man ihn? Als Zeichen dafür, dass du mich im Kampf besiegt hast, überreiche ich dir den Felsorden. Den Felsorden bekommen wir. Dankeschön. Check mit Pikachu. Du erhältst den Felsorden von Rorko. Mit dem Felsorden gehorchen die alle per Tausch erhaltenen Pokémon bis Level 20. Und das hier ist auch noch für dich. Die TM-Kopfnuss. Oh, die klingt gut. Die Kopfnuss klingt gut. Mit einer TM kannst du ein Pokémon auf der Stelle, die darin enthaltene Attacke beibringen. Und du kannst TMs beliebig oft verwenden. Das ist sehr cool, dass man hier beliebig oft verwenden kann. Dabei fügt der Anwender dem Gegner mit seinem steinharten Kopfschaden zu. Das ist wirklich hier sehr cool. Das finde ich eine gute Neuerung, dass man die halt mehrfach einsetzen kann. Wobei das halt die Rarität schwinden lässt, ja. Früher musste man dafür hart ackern. Da konnte man die nur ein-, zweimal einsetzen bis zur Pokémon-Liga oder bis zum Kaufhaus, wo man sich Attacken kaufen konnte. Joa, es geht weiter hier. Hey, du da. Wer bist denn du? Du bist doch dieser Merlin, oder? Woher weißt du denn das? Opa hat mir eben eine ziemlich gute Beschreibung von dir gegeben. Mein Name ist Blau. Professor Eich und mein Opa ist mein Opa und er hat mir gezwitschert, dass zwei Trainer aus meinem Heimatdorf Alabast ja zu einer Abenteuerreise aufgebrochen sind. Da musste ich natürlich sofort mal nach dem Rechten sehen. Großzügig wie ich bin, dachte ich mir, du könntest von deinem ersten Arena-Kampf ein paar Tipps von einem Profi von mir vertragen. Tja, falsch gedacht, wie es aussieht. Hast du den Arena-Leiter schon ganz allein besiegt. Ich bin minimal beeindruckt. Hier nimmt das als Belohnung. Fünf Superbälle. Vielen Dank, Meister. Vielen Dank. Die Dinger sind super. Die haben eine höhere Fangquote als normale Pokébälle. Aber mal ganz was ganz anderes. Das ist doch ein Pokédex, oder? Dann hat Opa es also wirklich geschafft. Er hat seine Idee verwirklicht. Zu meiner Zeit hat man noch mit einem Bleistift auf einer Karte rumgekritzelt. Um nicht zu vergessen, wo man bestimmte Pokémon findet. Es wäre ein feiner Zug von dir, wenn du Opa bei seiner Forschung unter die Arme greifen würdest. Also dann mal richtig. Ciao. Mach's gut, Meister Blau. Wir sehen uns auf jeden Fall noch. Ich dachte, er ist der Arena-Leiter von Vertania City, oder? So, damit sind wir jetzt hier schon fast fertig. Das Museum steht dann noch an und dann können wir weiterreisen. Aber das machen wir im nächsten Part. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt gerne den Kanal. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und tschüss. Bis dann.